Willkommen zurück beim Goldpriester. In diesem Belfi 2042 Video habe ich mir das Update 5.2 mal genauer angeschaut. Da seht ihr jetzt mal die ganzen Neuerungen, die mit diesem Update reingekommen sind. Ihr könnt übrigens gerne ein Abo da lassen, wenn ihr weitere Videos zu Belfi 2042 sehen wollt. Oder dann vielleicht irgendwann zum nächsten Belfi-Teil. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Ansonsten, wer bereits schon abonniert hat, kann natürlich gerne dann auch das Video bewerten. Wo ihr auf jeden Fall unbedingt mal reinschauen solltet, ist einmal bei den Handfeuerwaffen. Da gehen wir jetzt einmal auf Sammlung. Und da haben sie nämlich jetzt hier, wie gesagt, die ganzen Waffenaufsätze hinzugefügt. Und zwar bei diesem Waffenarchivswaffen. Das beginnt jetzt hier mit der M1911. Geht weiter mit der MP412 Rex. Dann haben wir noch die M93R. Die MP443. Und da könnt ihr jetzt hier, wie gesagt, wenn ihr reingeht, nämlich einige Sachen freischalten, die vorher so nicht da waren. Wenn ihr die Waffe jetzt schon relativ viel gespielt habt, sind die ganzen Sachen natürlich schon freigeschaltet. Habt ihr nicht so viel gespielt wie ich. Da kann man nämlich jetzt hier noch einige Waffenaufsätze freischalten. Wie zum Beispiel diesen Schaltdämpfer. Ich gucke jetzt mal beim Magazin. Hier habt ihr zum Beispiel noch eine Möglichkeit für ein weiteres Magazin. Ja, ansonsten ist jetzt hier bei dieser Waffe nicht ganz so viel. Wir gucken nochmal nach. Ich hatte jetzt nämlich noch was gesehen. Hier zum Beispiel bei der MP443. Da habt ihr nämlich zum Beispiel zwei Waffenläufe. Da habt ihr jetzt hier einmal diesen Schaltdämpfer und diesen Warhawk-Kompensator. Hier habt ihr zum Beispiel noch das Tecla. Das habe ich jetzt hier schon. Und hier gibt es auch noch ein weiteres Magazin. Deswegen schaut auf jeden Fall unbedingt bei den Handfeuerwaffen rein, dass ihr jetzt hier die ganzen Sachen freischaltet, die jetzt freischaltbar sind. Ihr habt natürlich jetzt hier auch die Möglichkeit, die ganzen Skins auszuwählen, die vorher so nicht da waren. Da seht ihr jetzt hier die verschiedenen Skins, die ihr jetzt hier freigeschaltet habt. Da könnt ihr nämlich jetzt auch die Waffe wie gesagt anpassen. Das Einzige, was jetzt nicht dabei ist, ist der T1-Skin. Den gibt es halt wie gesagt nur für die Hauptwaffen, nicht für die Waffenarchivswaffen. Mein Lieblings-Skin ist immer dieser Technik-Wald. Winter-Wald ist auch ganz gut. Oder Eis-Pigel. Oder zum Beispiel von diesem Event. Das war mal ein Event. Universal-Skin war das glaube ich gewesen. Blutmond. Der sieht zum Beispiel auch ganz gut aus. Dann haben wir natürlich auch noch bei den MPs jetzt die ganzen Waffenaufsätze dazubekommen. Und zwar einmal für die P90, für die AKS-74U und für die PP2000. Wenn ihr jetzt hier reingeht, hier sind jetzt wie gesagt zum Beispiel hier für die PP2000 habt ihr jetzt relativ viele Aufsätze dazubekommen. Wenn ihr die Waffe vorher schon relativ viel gespielt habt, müssten die theoretisch alle freigespielt sein. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal hier unbedingt nach. Taktischer Kompensar. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel Champion-Mündungsbremse. 6KU-Schalldämpfer, WAG-Kompensator, eingewickelter Schalldämpfer, AKOM-Taktische Mündungsbremse. Also ihr seht, da sind sogar richtig viel dazugekommen. Hier haben wir noch ein Magazin. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier. Ach, guckt mal hier. Bei den ganzen Visieren, da sind richtig viel dazugekommen. Hier sehen wir jetzt einmal das Thermalvisier haben sie auch hinzugefügt. UR1 Smart 1,5. Das ist auch sehr gut. Ghost Hybrid, das ist auch mit mein Lieblingsvisier. 8R Holo. Dann haben wir jetzt XO Smart 2. Das ist, glaube ich, auch immer schon dabei gewesen. XDR Holo, TV2, Bravo Dreifach, DD Holo. Moment, das war, glaube ich, auch dabei. Das hieß aber mal anders, kann das sein? Maulhybrid. Da haben wir jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Und K8 Holo, Fusion Holo. Also ihr seht, da sind schon richtig viel dazugekommen. Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell bei der anderen Waffe. Bei der AKS-74U, wie viele Visiere dazugekommen sind. Und ja, das sind, glaube ich, dieselben, müssten soweit ich das jetzt gesehen habe, dieselben sein, ja. Deswegen schaut auf jeden Fall mal nach. Ich glaube, wie viel braucht ihr hier für das allerletzte? Insgesamt 360 Kills. Und dann habt ihr alle Visiere freigeschalten. Das könnt ihr natürlich auch wieder solo im Co-Modus machen. Das würde ich euch da auch empfehlen, das dort zu machen. Da geht es nämlich relativ schnell. Da braucht ihr nur ein, zwei Runden. So, ich gucke jetzt hier nochmal bei der anderen Waffe. Bei der P90 würde ich mal gucken, ob es da auch so viele Visiere gibt. Und ja, da haben wir im Prinzip genau dasselbe. Ich gucke jetzt hier nochmal, was haben wir noch? Hier haben wir sogar die Laser Visiere, die dazugekommen sind. Taschenlampe. Oh, hier haben wir auch wieder sogar richtig viel Läufe. 6 K.O., Schalldämpfer, Wacom, Kompensator, A-Kom, Mündungsbremse, Champion-Mündungsbremse und den eingewickelten Schalldämpfer. Bei den Magazinen haben wir jetzt hier nur das eine. Also da ist jetzt nichts weiter dabei. Dann haben wir noch, was jetzt neu dazugekommen ist, sind die ganzen LMGs. Das ist sozusagen die letzte Waffenkategorie, die jetzt von den Waffenachschießwaffen geupdatet wurde. Jetzt sind wir im Prinzip komplett durch. So, da schauen wir jetzt hier auch nochmal kurz rein. Wenn ihr jetzt hier mal guckt. Hier sind auch wieder einige Sachen dazugekommen. Also ihr seht, ihr könnt auch richtig viel freischalten. Hier braucht ihr insgesamt 330 Kiste. Habt ihr alle Waffenläufe. Jetzt schauen wir mal nach. Gibt es noch ein Magazin? Was haben wir hier? Oh, hier ist auch richtig viel dazugekommen. Taschenlampe. LWE-Grip. Leichter BCB-Griff. Leichter Rattlesnake-Griff. Meine Güte, das sind ja da. Cobra-Griff und LS1 Laser-Visier. Wir schauen mal beim Visieren noch nach. Ihr seht, hier habt ihr auch wieder das Thermal-Visier 2,5 dabei. So Bravo 3, M22, 3,5. XDR-Holo, 8R-Holo, TV2-Fusion-Holo. Ich habe jetzt nochmal reingeschaut, ob jetzt was Neues dazugekommen ist bei den Visieren. Aber die waren, soweit ich das jetzt überblickt habe. Das sind die Standard-Visiere. Also da ist jetzt nichts Neues dazugekommen, was es so noch nicht gegeben hat. Schauen wir mal nach, was wir hier haben. Wir sind jetzt bei der XM8 LMG drin. Und hier haben wir natürlich jetzt auch die ganzen Visiere. Hier gibt es die beiden Thermal-Visiere. Einmal TR1 und T4 Thermal. Hier haben wir das Trommel-Magazin. Und hier haben wir jetzt auch wieder Taschenlampe LS1 Laser-Visier. Deswegen schaut unbedingt jetzt mal rein. Wie gesagt, bei den Seitenwaffen, bei den MPs und bei den LMGs, bei den Waffenarchivswaffen. Dass ihr da unbedingt die ganzen Waffenaufsätze freischaltet. Das werde ich nämlich jetzt auch machen. Wir gucken jetzt nochmal bei der RPK rein. Wie sieht es hier aus? Ja, hier sind auch viele Sachen dazugekommen. Wie gesagt, wenn ihr das schon relativ viel gespielt habt, die Waffe, dann habt ihr das schon frei. Wenn nicht, so wie ich, dann könnt ihr das jetzt noch freischalten. Ja, ihr seht, hier ist auch wieder alles dabei. Ich gucke jetzt mal kurz bei der Typ 88 LMG. Das ist nämlich eigentlich früher eine ganz gute Waffe gewesen. Und die wird aber nicht so viel gespielt. Ich hoffe, dass sie die jetzt auch mal ein bisschen balanciert haben. Das ist die nicht so krass. Aber weißt, vom Aiming her, das war nämlich ein bisschen ein Problem gewesen. Taktischer Kompensator, Eingewickelte. Okay, dieses werde ich mir mal anschauen. Weil die Waffe war eigentlich früher relativ cool. Mit der bin ich immer gerne rumgerannt. Dann haben sie jetzt den Ladebildschirm von Sandor komplett geändert. Da finde ich, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und dann haben sie das komplette Layout, wie gesagt, angepasst. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ihr Oberung groß oder klein spielt. Das sind komplett dieselben Plankpunkte. Das habe ich nämlich gerade überprüft. Das Stadium ist jetzt außerhalb der Karte. Da könnt ihr nicht mehr hin. Da schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal etwas genauer an. Den Durchbruchsmodus haben sie auch angepasst. Und zwar der erste Sektor. Da gab es ja wie so ein Viereck. Das sah ein bisschen aus wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein kleiner Garten oder wie so ein Rasen von dem Fußballfeld. Das haben sie komplett entfernt. Das beginnt jetzt hier sofort mit diesem zweiten Sektor. Ehemals zweiten Sektor. A1 heißt der jetzt. Das ist so ein kleines Dorf. Und dann geht es zu den Torbögen. Bei Durchbruch habt ihr insgesamt vier Sektoren, die ihr erobern müsst. Manchmal ist es eine Flagge, manchmal zwei. Und das geht dann bis direkt hinten in die Stadt rein. Bei Rush zum Beispiel geht das auch wieder beim Village los. Und zwar habt ihr jetzt hier insgesamt zwei Bombenplätze. Und danach geht es weiter. Das müssten theoretisch, glaube ich, auch vier Sektoren sein. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Hier sieht man jetzt zum Beispiel mal diesen ersten Bombenplatz, diesen rechten. Also so, dann schauen wir uns mal an, was jetzt hier komplett neu ist. Bei Sandor, ich bin jetzt hier gerade auf den Server gegangen. Ich habe jetzt gerade hier hinten mal geschaut. Hier hinten war doch immer dieses Viereck gewesen, wo die Häuser waren. In der Mitte war dieser Flaggenpunkt. Den haben die komplett weggemacht, ja. Ich bin jetzt zwar auf der kleinen Version und mit dem Heli unterwegs. Dann müsste das ja aber dennoch hier auf dieser Stelle sein, wo ich jetzt hier gerade bin. Hier ist gar nichts mehr. Das haben die mit Dünen alles verschüttet oder komplett weggemacht halt. Das ist echt komisch. Der einzige Punkt, der jetzt hier noch da ist, sind diese komischen kleinen Häuser. Hier war immer noch eine Flagge gewesen. Das war der erste Sektor im Durchbruchsmodus. Oder nee, ich glaube, das war der zweite Sektor gewesen. Das ist dieser hier. Der sieht doch komplett anders aus. Da war eigentlich, da war eigentlich, da vorne ging es dann nach vorne. Das war immer wie so ein Viereck gewesen, habe ich immer so ein bisschen dazu gesagt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hinten beim Stadium hin können. Wenn nicht, werde ich mal die große Version gleich rauspacken. Ich bin jetzt hier auf der 64-Slot-großen Version reingegangen. Das ist jetzt oben links. Mal gucken, ob ich hier noch hinfliegen kann. Und das geht. Okay, jetzt bin ich hier noch beim Stadium. Mal gucken, mal beim Stadium habe ich den Eindruck, haben die mehr Sandtüten hingemacht. Kann das sein? Wenn ich jetzt hier, oder mal, ich gucke mal, ob ich aussteigen kann oder nicht. Wenn nicht, dann, wir gucken eben nochmal zu der großen Version. Okay, geht es nicht. Geht nicht. Ich gucke mal kurz, wenn ich jetzt hier hinten fliege, ob da der Kran noch da ist. Guck mal, wenn du jetzt hier guckst, ne? Der Eingang ist da auch weg. Hier war doch ein Eingang gewesen. Der ist da auch nicht mehr richtig da. Aber zumindest sieht der anders aus. Der sah auch früher ein bisschen anders aus. Aber der Kran ist ja noch da, ne? Also, ey, jetzt bin ich fast gegen den Kran geflogen, ey. Ich habe den Eindruck, dass hier hinten ein bisschen... Wie gesagt, die 64-Slot-große Version. Wir gehen jetzt mal zum Turbogen. Ich denke mal, wenn ihr Hassert-Zone auf Sanduhr spielt, müsste das Stadium noch begehbar sein. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Kann ich jetzt hier unten hin? Ja, ne? Ja, geht. Wir gucken erst mal oben. Genau, hier ist der Eingang. Da ist die Brücke eingestürzt. Ich frage mich gerade, wo ist der Seiteneingang? Wo muss doch der Seiteneingang sein? Ich hoffe, der Heli explodiert jetzt dann nicht gleich sofort. Hier, der Sponsor-Fragen ist auch komplett neu, das, was hier oben ist. Ah, hier ist der Seiteneingang. Das ist komplett neu, dieser Eingang. Da gehen wir gleich mal rein. Dann habt ihr jetzt hier, das ist auch komplett verändert. Der Truck stand ja auch nicht so hier. Das ist auch hinzugefügt worden. Und hier ist auch wieder ein Seiteneingang. Okay. Flaggenradius ist relativ groß, wie ich das hier gerade sehe. Hier sind relativ viele Objekte sogar. Das sieht mir fast so aus, als wenn hier vielleicht sogar ein Easter Egg reingekommen ist. Müsste man jetzt noch mal schauen. Aber wir gucken jetzt mal hier, was hier noch ist. Hier ist so ein kleines Hütchen. Okay, ja, hier hinten, das ist wohl, denke ich, mal gleich. Ich gucke jetzt mal, was hier an der Seite ist. Das ist dieser Seiteneingang. Der ist neu. Ja, das ist dieser Bereich, wo sie gesagt haben, den haben sie komplett neu hinzugefügt. Ich gehe mal nach links erst mal. Okay, hier sind aber jetzt ein paar Objekte dazu gekommen, sehe ich gerade hier. Schau mal, jetzt müsste hier die Brücke eingestürzt sein. Das ist der Bereich. Okay, wo ist denn der andere Eingang da gerade gewesen? Ich gucke gleich noch mal. Da war doch noch ein zweiter Eingang oder Ausgang, besser gesagt. Den siehst du fast gar nicht. Wenn du nicht mal weißt, wo der sein soll, dann siehst du den gar nicht hier oben. Geh noch mal rein. Ich will jetzt mal gucken, wo der andere Ausgang ist hier. Da gab es ja noch einen Bereich, wo man angehen konnte. Von da sind wir gekommen. Dann geht es nach links. Ach, das ist hier so ein U, so ein halbes. Okay, das ist einfach nur parallel sozusagen. Also hier geht es dann zur C1 Flagge. Und hier drüben ist der andere Eingang. Okay, also das ist wie gesagt so ein halbes U. Jetzt ist mein Heli kaputt gegangen. Scheiße, Mann. So, jetzt habe ich mir noch mal einen neuen Heli geholt. Schauen wir jetzt noch mal. Hier ist gerade dieser Sturm gerade reingekommen. Das ärgert mich sogar ein bisschen, weil das die Atmosphäre jetzt ein bisschen... Ach, jetzt kommt noch ein Wirbelsturm. Ach, nee, oder? Da ist der Eingang. Jetzt kommt hier auch noch ein Wirbelsturm. Ich gehe kaputt. Wurde der überhaupt angezeigt? Ja. Ich will jetzt hier mal bei den Häusern gucken. Wir haben ja diese Zerstörung gemacht. Ein bisschen an der Seite. Genau. Ich gucke mal kurz rechts. Müsst ihr eigentlich noch? Okay, diese Kugel ist auf jeden Fall noch da. Und hier ist sogar ein Punkt an der Seite. G1. Okay, also das ist auf jeden Fall noch so geblieben. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Zerstörungseffekte eingefügt. Okay, da gehen wir nochmal nach unten. Da ist ein bisschen was zerstört in der Mitte. Wir gehen mal nach unten und gucken nochmal hier ein bisschen. Ansonsten ist jetzt hier auch nicht so viel passiert, ja. Also... Nee, hier ist echt nie so viel passiert. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mit mehr gerechnet. Also ich werde aber eine Runde Durchbruch spielen und mal schauen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Wie gesagt, ich finde die Map nicht schlecht. Insgesamt gesehen. Also deswegen bin ich mal gespannt auf Durchbruch. Alter, dieser Wirbelsturm hier. Nein. Alter, ich kriege schon einen Zug hier. Lasst mich da einfach mal die Kalle anschauen. Alter, mein Gott. Hier brennt unter dem Wolkenkratzer. Das haben sie auch hinzugefügt. Das habe ich gesehen, mein Twiller. Obwohl, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht ganz. Hier diese Düne, die ihr hier gerade seht in der Mitte. Die haben sie neu hinzugefügt. Hier unten. Die ist neu hinzugefügt worden, sehe ich gerade. Und die Sanddünen hier unten. Und ihr habt ja jetzt noch den Durchbruch von der Brücke hier hinten. Das ist ein bisschen neu hier noch auf jeden Fall. Ansonsten sehe ich jetzt hier, wie gesagt, keine Veränderung. Fein, das Dach ist doch weg. Wartet mal. Wo waren denn nochmal die beiden Häuser miteinander verbunden? Ach, hier oben. Stimmt, hier war es. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall noch da. Aber ihr könnt natürlich hier oben nichts weiter machen, weil da ist ja hier oben kein Punkt mehr. Ich gucke jetzt mal. Hier müsste ja eigentlich der Vorstuhl noch da sein. Ja, der ist auf jeden Fall noch da. Okay, also der Vorstuhl ist auf jeden Fall noch da. Und ihr könnt auch aufs andere Dach. Das wurde ja auch im Trailer gezeigt, ja. Das war ganz am Anfang der Trailer, der gezeigt wurde. Da sind die von diesem Dach aufs andere Dach. Ist schon ganz cool hier oben auf jeden Fall. Ja, nice. Also gucken wir mal, Durchbruch würde ich jetzt mal sagen. Ich will mal wissen, wo da der Anfang ist. Hier rede ich, müsste der Anfang dort bei der Brücke vorne sein. Hier vorne, das wäre jetzt sozusagen der zweite Sektor gewesen. Der ist noch ein bisschen da. Ist aber auch umgebaut worden. Seht ihr jetzt hier. Bisschen Betonblöcke hingebaut. Hier ein paar Kisten. Hier ist es Flagge 1. Hier so eine Kiste hingebaut. Und hier an der Seite sind soweit die Häuser, denke ich mal, fast gleich geblieben. Ja, genau. Und jetzt geht es dann hier zu den Bögen. Erst zwei Punkte können wir jetzt hier angreifen. Da gehe ich mal hinterher. Erst mal B2 machen wir erst mal. Zwei Punkte sind es hier also. Okay, das ist also der gerade Bereich, der zweite Punkt. Gut. Gut, okay. Von oben kannst du angreifen. Muss gar nicht nach unten, nämlich. Kannst natürlich auch nach unten springen. Also das geht natürlich genauso. So, wir haben jetzt die zwei Sektoren eingenommen. Also besser gesagt, das ist jetzt der zweite Sektor. Mit zwei Flaggen. Jetzt geht es dann in den nächsten. So, das ist dann wieder einer. Das ist wieder ein punktlos noch, der nächste. Mal gespannt, ob ich hier auch auf die andere Seite hochfahren kann. Ja, okay, das geht. Hier müsste dann vorne auch nochmal eine Brücke eingestürzt sein. Ja, ich finde, es geht schon. Also die haben schon einiges hier gemacht. Das kann man jetzt nicht sagen, dass sie gar nichts gemacht haben. Von den Objekten her, aber man muss natürlich mal schauen, wie sich das dann spielt. Okay, ich finde der Bereich eigentlich ganz gut soweit jetzt hier. Aber hier ist natürlich auch nicht so viel Deckung, wenn du jetzt hier unten stehst. So, aha. Zum Ende gibt es wieder zwei Punkte, die man einnehmen muss. Einmal links, einmal rechts. Und dann war es das schon. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei dem alten Punkt. Und ich denke, der ist auch ein bisschen überarbeitet worden. Die Kugeln sind doch neu. Stimmt, die Kugeln gab es nicht. Diese Kugeln, die man hier sieht, die man hier sieht, das ist neu. Die gab es hier nicht, die Kugeln. Okay, die hier hinten ist die Kugel, die ist nicht begehbar. Da hinten ist sie. Genau, da ist sie. Okay, das ist hier ein bisschen vorgesetzt, ja. Das ist dann der letzte Punkt hier. Theoretisch, genau. Ja, ich finde vom Aufbau erst mal ganz gut. Von der Theorie her, ne. Also da müsste man, wie gesagt, noch eine Runde spielen. Ob sich das wirklich so gut spielt, wie das jetzt hier erst mal aussieht. Das ist immer nochmal ein Unterschied. Stadion fällt schon irgendwo, ne. Ich meine, die haben jetzt so ein riesen Stadion gebaut. Was ja auch irgendwie erst mal, ich weiß nicht, programmiert wurde, sage ich mal. Im Endeffekt, ja. Und das haben sie rausgenommen. Ich hasse zu, dann wird es wahrscheinlich da noch gehen. Klar, wenn man hasse zu, dann nochmal gucken könnte. Da kannst du wahrscheinlich das noch rein. Also da kannst du noch rein, aber so, dann haben wir noch im Store kostenlose Items. Die laufen jetzt sieben Tage in etwa. Und zwar hier einmal für den Boris gibt es eine Kopfbedeckung Brigade, ein Knacker. Das ist wie gesagt nur die Kopfbedeckung, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Mit diesen Briller. Dann haben wir jetzt noch zwei Stufen. Sprünge für den Battle Pass, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Das gab es so auch noch nie. Und dann gibt es noch einen Waffenanhänger, Neonpalme. Der gehört jetzt mit dazu. Und das würde jetzt hier einen Wert von ungefähr 500 Battlefield Münzen hat das. Und das ist aber jetzt hier kostenlos drin. Schaut da auf jeden Fall mal rein, dass ihr euch das abholt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Vor allem, dass ihr jetzt hier die Stufensprünge für den Battle Pass reinbringen. Ich denke mal, die testen auch einige Sachen jetzt schon für das nächste Battlefield. Zumindest kommt mir das so vor. Dann haben wir noch ein Bundle, was jetzt im Angebot ist, was ich ganz gut finde. Maria Falk, die spielen ja eigentlich die meisten. So die Klasse, so von der Statistik her. Da haben wir jetzt hier einmal dieses Bundle, was jetzt von 17 Euro etwa auf 14 Euro gesenkt wurde. Das finde ich ganz gut. Da haben wir jetzt hier Mirage Sanitäter drin. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn der Maria Falk besonders viel spielt. Das ist ja laut Statistik die meiste Klasse, die am meisten gespielt wird. Und dann habt ihr jetzt hier noch einen ganz guten Skin für den Brawler drin. Der, finde ich, sieht auch sehr gut aus. Mit so einem Rambock und Totenschädel. Die RM 68, ich wollte gerade sagen 69. Auf jeden Fall ist die immer noch relativ stark. Also das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn die ein bisschen genurft wurde. Das kann man immer noch spielen, die Waffe. Dann habt ihr jetzt hier noch einen Hintergrundkarte und einen XP-Boost. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar das Bundle hier zum Beispiel. Stealthwandler, genau. Und zwar die 12M Automatik hat jetzt hier einen besonderen Skin oder so eine besondere Lackierung. Da habt ihr so blau, Smaragd grün müsste das sein. Und das tut so schimmern. Eigentlich war das früher mal auf dem Fahrzeugskin drauf. Das haben sie dann irgendwie weggemacht. Ich glaube, auf diesen Stealth-Helie, das habe ich dann im Nachhinein nicht wieder gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das komplett removed haben. Auf jeden Fall finde ich hier diesen Skin zum Beispiel. Außergewöhnlich. Also das ist schon eine Besonderheit hier. Der halt so besonders leuchtet, ja. Und dann habt ihr jetzt hier auch noch drin einen Pike, was jetzt auch nicht so schlecht aussieht. Ist aber eine Klasse, die wurde jetzt nicht unbedingt so viel gespielt. Ja, hier habt ihr dann auch einen Nahkampfangriff. Das mit den Nahkampfangriffen, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, da hat sich Stealth auch ein bisschen mehr darunter vorgestellt, dass sich da mehr die Leute drauf stürzen und dass sie das mehr verkaufen. Im Endeffekt wird das so gut wie fast nie benutzt. Und das kann man natürlich dann auch nicht so gut verkaufen. Dann haben sie jetzt hier noch einen Ram, einen Skin für den Ram drin. Der sieht auch ganz okay aus, sage ich mal. Jetzt nicht mega krass. Ist okay. Dann haben wir noch eine Hintergrundkarte, einen Waffenanhänger mit so einer Katze. Ich weiß gar nicht. So eine japanische Katze mit so einem Schwanz, so komisch. Und dann haben wir jetzt noch für die MP9 einen Skin, der jetzt geht so. Der ist jetzt auch nicht so mega krass. Der ist jetzt auch nicht so mega krass. Und dann haben wir jetzt auch hier noch einen Satz. Das ist jetzt auch eine Katze mit so einer Katze. Das ist jetzt auch ein bisschen gut. Und dann haben wir jetzt auch einen Satz.